Es ist Freitag, der 26. Mai und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu der US-Präsidentschaftskandidatur von Floridas Gouverneur Ron DeSantis und Infos über die möglichen Auswirkungen auf die Krypto-Industrie. Ihr erfahrt von einem neuen Rechtsstreit um die Meme-Kultur Grumpy Cat und welche bekannte Beauty-Marke das Web3 betreten will. Und neben unserem täglichen Blick auf den Krypto-Chart und den Florpreisen auf OpenSea schauen wir auf ein NFT-Treueprogramm im Sportsektor, das Krypto-Trading in Hongkong und weitere Web3-News wie die um die NFT-Kollektion Bitcoin-Frogs. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt mit Patreon. Mit Patreon habt ihr einmal die Möglichkeit, den Podcaster und Content-Creator eures Vertrauens zu unterstützen. Möchtet ihr eure tägliche Routine weiter aufrechterhalten und den digitalen Kaffee in Form dieses Podcasts weitererleben, dann checkt doch gern einmal die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Patreon-Account für den Podcaster eures Vertrauens. Das Ganze ist natürlich freiwillig und würde das Ganze hier unterstützen. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir starten in eine neue Folge und den Freitag mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Der hat nämlich gestern offiziell bekannt gegeben, für den Posten des US-amerikanischen Präsidenten kandidieren zu wollen. Wie viele von euch vielleicht nicht wissen, sorgte die Nachricht auch im Kryptosektor für Aufregung, denn Ron DeSantis ist ein Riesenfan von Bitcoin, zugleich aber ein Kritiker von Stablecoins, wobei Elon Musk auch als ein großer Unterstützer Ron DeSantis gilt. Blicken wir also mal hinter die Kulissen von Ron DeSantis und eine mögliche Relevanz für Krypto, Twitter und Co. Zuallererst müssen wir hier festhalten, dass der Gouverneur von Florida die amerikanische Wählerschaft ähnlich stark spaltet wie der ehemalige Präsident Donald Trump, der wahrscheinlich auch bei der kommenden Präsidentschaftswahl der härteste Konkurrent sein dürfte. Trump muss sich wahrscheinlich genau deswegen vor DeSantis in Acht nehmen, denn viele betrachten ihn als sogar eine schärfere Version, also sozusagen ein Trump 2.0. Das wichtigste Wort in DeSantis politischer Ideologie scheint Freiheit zu sein, womit er wohl vor allem die finanzielle Freiheit der US-Bürger meint. Und genau da kommen wir wahrscheinlich zum ersten Knackpunkt, denn der Präsidentschaftskandidat sieht diese durch eine digitale Zentralbankwährung, also einer CBDC, sehr bedroht und kritisiert dieses ganze Vorhaben. Um einen digitalen Dollar zu verhindern, hat DeSantis am 12. Mai diesen Jahres bereits ein Anti-CBDC-Gesetz für Florida schon unterzeichnet. Der digitale Dollar würde seiner Ansicht nach die Privatsphäre und wirtschaftliche Freiheit gefährden, die Persönlichkeitsrechte zusätzlich einschränken und Innovationen nicht fördern, sondern diese sogar behindern, wie er meint. Wenn wir uns jedoch mal an den Bitcoin orientieren, sieht das Ganze hingegen anders aus. Im Mai 2021 unterzeichnet DeSantis nämlich ein Gesetz, das Kryptowährungen einen rechtlichen Rahmen gibt und klarstellt, dass Einzelpersonen mit Bitcoin und Co. ohne Lizenz handeln sollen und als er den Haushaltsplan für das Jahr 2022 vorstellte, sagte DeSantis sogar, unsere Ansicht als Staatsregierung ist, dass Kryptowährungen etwas sind, das wir begrüßen. Wir wollen sicherstellen, dass die Staatsregierung kryptofreundlich ist. Im März letzten Jahres unterzeichnete er auch noch ein Gesetz, das Steuerzahlungen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen ermöglichte. Wir sehen also, wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen, dass Ron DeSantis trotz aller CBDC-Vorurteile Kryptos wie Bitcoin und Co. eher positiv gegenübersteht, was natürlich zugleich bedeuten wird, dass sollte er US-Präsident werden, er vielleicht nicht gleich alle Kritiker für Kryptowährungen zum Schweigen bringen kann. Doch was auch zweifelsfrei feststeht, dass mit dem Amt natürlich wie immer ein großer Einfluss einhergeht. Und so ist es zum Beispiel, dass der Vorsitzende der SEC vom Präsidenten nominiert wird und dieser muss dann im Anschluss nur noch vom Senat bestätigt werden. Was somit bedeuten könnte, dass Gary Genslers Tage als SEC-Chef gezählt sein dürften, der, wie wir wissen, gerade alles unternimmt, um Krypto einen Riegel vorzuschieben. Ein DeSantis-Sieg könnte also auch bedeuten, dass nicht nur attraktive Krypto-Steuersenkungen bevorstehen, sondern dass dank DeSantis bereits bewiesener Krypto-Affinität und einer liberalen Wirtschaftspolitik einige Unternehmen weiterhin im Land bleiben dürften, wie zum Beispiel Coinbase, Gemini und Zirkel, die ja aktuell eher mit Abwanderungsgedanken spielen. Und genau deshalb feiert auch der Krypto-Bereich diese Kandidatur von DeSantis als Sieg, während natürlich große Teile der Weltbevölkerung besorgt nach Jacksonville und vielleicht auch zukünftig nach Washington blicken. Denn Donald Trump 2.0 mit der Unterstützung von Elon Musk als reichen Mann der Welt, das könnte kritisch werden. Ob es gestern auf dem Kryptomarkt kritisch war, das schauen wir jetzt. Wir wechseln zu CoinMarketCap und dort werfen wir natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Wir blicken auf den Krypto-Chart und bei Bitcoin gab es gestern groß keine Veränderung. Ein Plus von 0,29 Prozent, also nicht erwähnenswert für die aktuellen Verhältnisse, die wir haben. Es gibt auch keine Neuerungen bzw. Neuigkeiten zu den Einigungen in den USA, was die aktuelle Finanzlage angeht und natürlich den Schuldenhaushalt. Blicken wir auf die weiteren Kryptowährungen wie ETH, gestern auch hier nicht relevant. Plus 0,04 Prozent der Kurs bei 1.680 Euro. BNB mit einem leichten Minus von 1,22. Der Kurs bei 283 Euro. Cardano gestern minus 2,3 Prozent, auch Dogecoin minus 1,14. Polygon gestern 1,18 Prozent im Plus. Und die letzten sieben Tage im Gegner zu vielen anderen Kryptowährungen. Polygon sehr stark performt mit einem Plus von 4 Prozent. Hört sich erstmal nur gering an, aber wenn wir natürlich vergleichen, dass Bitcoin, ETH und Co. in den letzten sieben Tagen teilweise bis minus 5 Prozent aufweisen, ist das verhältnismäßig schon stark, wie Matic also Polygon in den letzten Tagen performen konnte. Solana gestern auch wieder leicht gesunken, minus 0,36 Prozent. Positiv gestern noch zu erwähnen, Cosmos Atom Token und der OKB Token. OKB sogar mit plus 2,5 Prozent. Auch Lido Daum mit 2,5 zum Wochenende nicht ganz die 2 Euro Marke erreicht, aber 1,91 Euro. Und in den Top 50 gestern am positivsten aufgefallen der Render-Token. Marktkapitalisierung ja aktuell 933 Millionen und gestern ein Plus von 8 Prozent. Der Render-Token kurz RENDR mit einem Plus von 8 Prozent. Letzten sieben Tage plus 17 Prozent. Kurs bei 2,55 Euro. Damit sind wir mit dem Blick auf den Krypto-Chart für diese Woche durch. Nächste Woche natürlich mehr dazu. Wird natürlich immer spannender, je näher wir zum ersten Sechsen kommen. Mal schauen, was hier nächste Woche abgeht. Jetzt geht es für uns erstmal in die nächste Kategorie. Und das sind natürlich unsere Web3 Kurz News. Grumpy Cat, das kultige Haustier mit mürrischem Gesicht, hat offiziell einen Rechtsstreit gegen den Web3-Schöpfer AdProditDodge von SlumDodgeMillionär wegen Verletzung des geistigen Eigentums eingeleitet. Die Auseinandersetzung begann am 22. Mai, als Grumpy Cats offizieller Twitter-Account einen Brief veröffentlichte, in dem SlumDodgeMillionär beschuldigt wurde, ihre Urheberrechte zu verletzen, indem er einen Web3-Token namens Grumpy Cat bewirbt, ohne die Erlaubnis des ursprünglichen Grumpy Cat-Teams zu haben. Ein ähnlicher Fall betrifft die Luxusmarke Hermes, die den Künstler Mason Roachild wegen Urheberrechtsverletzung für seine NFT-Kollektion Meta Birkins beschuldigt. Das Verfahren hier ist noch nicht abgeschlossen. Das Einzelhandelsvolumen auf Kryptobörsen ist in jüngster Zeit erheblich gesunken, was auf einen strukturellen Rückgang der Liquiditätszuflüsse seit dem Bullrun von 2021 Am 19. Mai 2021 erreichte das Volumen mit 4,2 Milliarden US-Dollar seinen Höchststand und ist seitdem auf etwa 500 Milliarden US-Dollar gefallen. Ein Niveau, das zuletzt im Oktober 2020 verzeichnet wurde. Zwei große Market Maker, JaneSweet und Jump Crypto, haben kürzlich angekündigt, sich vorerst aus dem Krypto-Geschäft zurückzuziehen, was zusätzlichen Druck auf die Märkte ausübt. Wie aus einer Gerichtsakte hervorgeht, hat das Kryptounternehmen Fahrenheit ein Angebot zur Übernahme des insolventen Kryptoländers Celsius gewonnen. Fahrenheit soll innerhalb von drei Tagen 10 Millionen US-Dollar bezahlen, um die geplante Übernahme zu besiegeln. Das Angebot wurde zwar von einem Gläubiger-Ausschuss angenommen, muss aber noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden, heißt es weiter. Der Insolvenzrichter warnt derweil vor regulatorischen Hürden, die den Verkauf von Celsius erschweren könnten. Die Marke Weller Professionals wird am 31. Mai in die digitale Beauty-Welt eintreten, indem sie gemeinsam mit Coverture das Weller Generator-NFT-Gewinnspiel auf Ethereum veröffentlichen. Dabei haben begeisterte Fans die Möglichkeit, Markengutscheine, virtuelle Haarpflegeprodukte und andere Überraschungen zu gewinnen, während sie hier NFT-Avatare erwerben können. Über einen Zeitraum von 14 Tagen können Nutzer dann uneingeschränkt viele NFT-Avatare auf der Plattform erstellen und erwerben. Neben den NFTs bietet die Marke, wie eben bereits genannt, auch Gewinnspiele an, die Preise umfassen, wie zum Beispiel persönliche Beratungsgespräche mit Haarpflege-Experten oder in real life Haarmakeovers. Ab dem 1. Juni können Kleinanleger in Hongkong mit den wichtigsten Kryptowährungen handeln, da eine neue Regelung für virtuelle Vermögenswerte in Kraft tritt. Diese Entwicklung ebnet den Weg für eine beschleunigte Kryptowährungsadoption in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Hongkong strebt an, mithilfe kryptofreundlicher Regulierungen zu einem neuen Zentrum für Web3 zu werden. Gemäß den in der im Februar eingeleiteten Konsulation angedeuteten Plänen werden lizenzierte Börsen in der Lage sein, Kleinanlegern, Kryptowährungen mit großer Marktkapitalisierung und hoher Liquidität wie Bitcoin und ETHs anzubeten. Die NFT-Kollektion BitcoinFrogs hat kürzlich für Aufsehen gesorgt. An einem einzigen Tag erzielte das Projekt ein Volumen von über 2,2 Millionen US-Dollar. Seit ihrer Einführung Ende Februar ist die Sammlung stark angestiegen. Obwohl ETHs nach wie vor die dominiere Plattform für NFTs ist, gewinnt Bitcoin zunehmend an Einfluss. In der letzten Woche übertrafen die NFTs von BitcoinFrogs das Handelsloom von mehr als 30 Millionen US-Dollar. Aktuell liegt der Mindestpreis pro NFT bei 0,115 Bitcoin, was umgerechnet 3.120 US-Dollar sind. Ein aktueller Forschungsbericht der On-Chain-Analyse-Firma Alleptic zeigt, dass chinesische Unternehmen, die im Vetanyl-Geschäft involviert sind, Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren. Diese Unternehmen exportieren Chemikalien, die zur Herstellung der Droge benötigt werden, an vermeintliche mexikanische Kunden. Das Forschungsteam identifizierte über 90 chinesische Chemieunternehmen, die bereit sind, Vetanyl-Vorläufer zu liefern und Kryptowährungen als Zahlungsmethode anzubieten. Damit sind wir mit den Web3-Kurz-News für diese Woche auch durch. Kommen zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige NFT-News. Unsere NFT-News beschäftigt sich heute mal mit der Sportart Bowling und der Profiliga Professional Bowlers Association, kurz PBA, die ein neues NFT-Treu-Programm für ihre knapp halbe Million Mitglieder vorgestellt hat. Im Rahmen der von hier Avalanche unterstützten Initiative sollen die Teilnehmer langfristig sogenannte digitale Auszeichnungen für ihre Leistungen auf der Bowlingbahn erhalten. Und ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, das werden NFTs sein. In dem Programm, das von der Bowling-Liga sogar als die Mutter aller Treueprogramme bezeichnet wird, wird die PBA die Token an qualifizierte Mitglieder verteilen, die auf nicht handelbaren NFTs basieren, womit wir wieder bei der bekannten beziehungsweise bei dem bekannten Soulbound-Token werden, die ja auch langfristig für Behörden im Bereich Dokumenten oder Zertifikate sinnvoll wären. Auf jeden Fall, wie ich das Ganze finde. So scheint aber auch die Idee der Profi-Bowling-Liga zu sein, denn die Initiative wird nämlich unter dem Namen League Bowler Certification, also Liga Bowl Zertifizierung aufgeführt, damit nachweislich auch die persönlichen Ergebnisse auf der Blockchain gesichert werden können hier. Zu Beginn wird es erstmal nur eine Spielerei sein, wie ich finde. Doch dieses Ganze soll natürlich zum Anreiz führen, dass man hohe Punkte in seinen jeweiligen Games hier legt. Doch langfristig plane man bei der PBA auch ein echtes Treueprogramm einzuführen, das Treue und natürlich auch herausragende Mitglieder neben den üblichen Preispools auch weiter belohnen soll. Es heißt sogar, dass sobald das Programm voll funktionsfähig ist, die PBA ihr innovatives Treueprogramm an Organisationen und Bowler auf der ganzen Welt ausrollen will, womit wir dann damit sind, dass hier möglicherweise ein eigenes Ökosystem mit diversen Loyalty-Programmen aufgebaut wird. Obwohl die Mitgliederbasis wahrscheinlich noch aus den Leuten besteht, die eher lieber ein Bier und ein gutes Spiel genießen, als sich vielleicht mit irgendwelchen Blockchain-Mechanismen zu beschäftigen, scheint die PBA aber, wie ich finde, auf einem guten Weg hier zu sein, um diese Technologie zu integrieren. Denn im Wesentlichen werden die Mitglieder über ihre PBA-Mitgliedschaft automatisch in das Programm aufgenommen und können so automatisch NFTs sammeln, ohne dass sie sich vorher mit Kryptowährung oder der Thematik vorher beschäftigen müssen. Obwohl die Token offiziell als Digital Awards genannt werden, hier sind und bleiben sie einfach NFTs aufgrund ihrer Blockchain mit Avalanche-Verbindungen und wie ich finde, auf jeden Fall ein sehr smarter Move, das klassische Web 2 mit dem Web 3 zu verbinden und die Leute so zu NFTs geleiten, ohne dass sie sich mit der Technologie beschäftigen müssen, ohne dass sie das wirklich wollen. Ich habe mir dort gestern mal einen Account zugelegt und bin mal gespannt, wen von euch Bowlern man hier zukünftig auf der Bahn an trifft und wer natürlich am Ende die begehrteste NFT-Sammlung haben wird. Damit sind wir auch mit dieser News durch, kommen nochmal zu OpenSea und werfen dort natürlich nochmal einen Blick auf die aktuellen NFC-Floorpreise. Wir starten mit einem Blick auf OpenSea und die Mill Lady Makers sind wieder auf Platz 1, wieder stark gesunken, der Floorpreis bei 3,35. Damit haben die diese Woche um zwei Is an Wert verloren. Mal schauen, wie es hier weitergeht um die Mill Lady Maker scheint Ilemast muss hier mal wieder Gas geben. Die Mutant Apes 9,49 Eves, Pudgy Penguins 5,4, also auch hier aktuell am sinken. Die Cots 8,88 Eves, die Bot Apes unverändert in den letzten Tagen immer bei 46 Eves, so auch zum Wochenende. Die Captains verabschieden sich mit einem Floor von 8,60 ins Wochenende. Clone X bei 3,16 aktuell. Adder Deed for Other Side 1,05. Die Checks wie die Originals, die sind nochmal gestiegen, 0,63 aktuell. Doodles 2,27 gefolgt von den Nakamigos 0,29. Die Lil Pudgies 0,46 Eves, Moonbirds 2,19. Und damit blicken wir natürlich nochmal abschließend auf Platz 99,100. Dort haben wir Goblin Town WTF 0,27 aktuell der Floor hier und auf Platz 100 die We Friends der Series 2 mit einem Floor von 0,15. Damit sind wir für diese Woche so weit durch. Ich möchte mich natürlich nochmal bedanken für das schonmal Feedback zu dieser neuen etwas anderen News beziehungsweise dem etwas anderen News Format, das anscheinend sehr gut bei euch ankommt. Kurz und kompakte News mit jeweils zwei News, die wir etwas tiefer begutachten. Freut mich natürlich, wie gesagt, nächste Woche werde ich hier nochmal ein Dokument rumkommen lassen und für die Leute, die möchten, können da gerne sich beteiligen, ob das Ganze so ist und was man da gegebenenfalls noch anpassen kann. Ansonsten möchte ich euch wie immer zum Freitag den Ausblick fürs Wochenende geben. Wir sind ja wieder zurück, nicht unterwegs in den Staaten oder sonst wo, ist noch ein bisschen Zeit, bis Portugal ansteht. Auf jeden Fall heute gibt es deswegen wieder einen Twitch-Stream live ab 21.30 Uhr. Wir werden einen kleinen VCon Recap machen. Es sind einige Videos von Content Creators da, die man sich anschauen kann, werden nochmal über das eine oder andere sprechen und einen NFT-Retalk wahrscheinlich darüber machen auf der VCon. Dann Samstag, Sondervolgemorgen ist es wieder soweit. Stefan Große-Halbuhr ist zu Gast. Ein Künstler, der unter anderem für Adidas, EA und diversen Marken schon gearbeitet hat. Auch schon im Web3-Bereich, sage ich nur, Samsung World of Women. Also ein sehr bekannter und vor allem erfolgreicher Künstler. Sonntags sind wir auch natürlich wieder mit der Live-Showback, nachdem diese letzte Woche aufgrund der USA-Reise ausgefallen ist. Hier auf jeden Fall auch wieder neue Gäste da. Seid gespannt, könnt ihr euch drauf freuen. Die Themen sind wieder da diese Woche gewesen. Ich wünsche euch in dem Sinne schon mal ein schönes Wochenende. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei den ganzen anderen Formaten wieder einschaltet. Ansonsten wisst ihr Bescheid, wir sind am Montag nicht wieder da an dieser Stelle, denn es ist ja Pfingsten. Montag ist Feiertag, das heißt, wir sehen uns Dienstag wieder, wenn es wieder heißt All in NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Bis zum nächsten Mal.